Mein Name ist Michael Schlecht von Umweltlernen in Frankfurt und ich versuche in vier Minuten über lokale Bildungslandschaften für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung überall zu sprechen. Umweltlernen in Frankfurt bietet seit über 20 Jahren Lernwerkstätten zu dem Thema Klima und Energie an, organisiert das Energiesparprojekt Frankfurter Schulen mit fast 100 Schulen, veranstaltet das Solarrennen Frankfurt Rhein-Main auf dem Römerberg. Umweltlernen ist dabei Partner von Schule, dem Schulträger und kommunalen Klimaschutz. Umweltlernen hilft so, Klimawissen erfolgreich in die Schule zu bringen. Aber reichen unsere Klimabildungsaktivitäten, die, glaube ich, schon einigermaßen vorbildlich sind, aus, um die epochalen Herausforderungen des Klimawandels zu meistern. Ich habe da mal Zweifel. Was auf jeden Fall fehlt, ist ein klarer gesellschaftlicher Auftrag von Seiten der Kultusbehörden. Auch wenn, wie Tina Schauer gerade und andere engagierte Kolleginnen und Kollegen in den Behörden, viele gute Ansätze gezeigt hat, ist Klimabildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Lehrerbildung, in den Curricula, in Schulgesetzen nicht wirklich vereinkert. Vieles erfolgt in den Schulen botten ab. Aber selbst wenn dies 30 Jahre nach dem Erdgipfel in Rio endlich umgesetzt wäre, ist die Frage, ob Schule allein Klimabildung vermitteln könnte, um einen wirksamen Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels zu leisten. Stellt euch vor, Schulen würden mehr kooperieren mit Nachhaltigkeitsinitiativen und Umweltzentren, mit Unternehmen und kommunalem Klimaschutz, mit Wissenschaft- und Stadtteilinitiativen. Schule würde sich öffnen, geht hinaus in den Stadtteil, ermöglicht unmittelbare Erfahrungen und Partizipation. Und für den Partner von Bildungseinrichtungen wäre es selbstverständlich, in die Schule, die Kita oder die Volkshochschule zu gehen. Stellt euch vor, in solchen lokalen Bildungslandschaften wäre miteinander und voneinander Lernen, Alltag, wäre Klimabildung Thema für Jung und Alt. Würde Bildung wirksame Impulse für Klimaengagement und gesellschaftlichen Zusammenhang leisten. Sie sagen, ihr sagt jetzt vielleicht, ich heine gerade was um, dass ich vielleicht ein Träumer bin und Visionen hinterhereile, aber die Gärten der Kooperation sprießen bereits. Energieberatung arbeitet mit Umweltbildung zusammen und organisiert Veranstaltungen vor Ort. Schulen schließen auf dem Weg zur Klimaneutralität Bündnisse mit dem kommunalen Klimaschutz. Initiativen erobern öffentlichen Raum und machen daraus ein Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklung. Und Schüler verlassen die Schule, manchmal freitags, und engagieren sich für den Klimaschutz und vieles mehr. Noch befinden sich diese Gärten der Kooperation noch in Nischen. Sie sind als lebendige Bildungslandschaften für nachhaltige Entwicklung noch nicht in der Breite präsent. Es bedarf der Allianz von Zivilgesellschaft, Schule, Wissenschaft und Staat, um solche zukunftsfähigen Bildungslandschaften zu schaffen. Eine Allianz kann gelingen, wenn Schule die außerschulischen Partner ernst nimmt. Sie nur als zusätzliches Angebot, als Add-on zu begreifen, reicht für eine gleichberechtigte Kooperation nicht aus. NGOs und Initiativen müssen sich einen Begriff von Bildung erarbeiten. Der Wunsch nach Verbreitung von Wissen reicht ebenfalls nicht aus. Bildung ist mehr als Wissenskommunikation. Und schließlich, wir alle gemeinsam müssen den Stellenwert von Klimabildung in den Bildungslandschaften selbstbewusst einfordern. Selbstbewusstsein, Ernsthaftigkeit und Engagement. Das ist es, was wir von den jungen Menschen lernen können. Das war's. Danke. Vielen Dank, Herr Schlecht, für diesen Appell. Es war sehr, sehr überzeugend.